Was, wenn ich nicht will, dass für mich alles geplant und durchorganisiert wird? Hier ist es langweilig. Totlangweilig! Hey, eine Freakshow. Nur eine Vorstellung. Hallo? Seid ihr Jungs schon 21? Sagt ja. Ja. Dann tretet ein. Die Vorstellung fängt gleich an. Willkommen im Mitternachtszirkus. Das ist krass. Danke sehr, Ladies und Gertemann. Aaron, den kenne ich aus meinen Vampirbüchern. Er ist ein Vampir. Amüsiert ihr euch? Hallo? Darren, willst du ein Vampir werden? Ich tue es. Zeit zum Aufstehen. Hier, scharfe das Loch zu. Das schaffe ich nicht. Meine Beine sind noch ganz taub. Spürst du das? Au! Willkommen im Zirkus. Also tötet ihr wirklich niemanden? Nein, Darren. Wir betäuben sie nur, machen einen kleinen Schnitt in die Schulter und dann nimmt man ein Schlückchen. Sehr erfrischend. Du musst kämpfen lernen. Au! Habe ich jetzt auch Superspucke? Ja, das ist Superspucke. Du wirst zu allem Möglichen in der Lage sein. Auch mich in eine Federmaus zu verwandeln und so? Nein, das ist Schwachsinn. Sie suchen dich, Darren. Bald bist du tot. Ist das nicht ein Hammer? Genau wie ein echter Vampir. Das ist ja voll die Übervampir-Power, Mann. Das ist ja voll die Übervampir-Power, Mann.